So, ja, herzlich willkommen, da bin ich wieder am Start und das nächste Rennen wartet auf mich. Das ist wieder so ein Exoten-Ding hier oben, und zwar Barclay rauf und rüber. Und, wie kann ich mal sagen, in da. Und das Rennen starten. Oh Gott. Ach, du Nase. Let's go. Ja, ja, sauber. Höhere Händen geschwindet. Alles in der Mitte. Shit, das war nicht ganz so gut. Ey, hau ab da. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich glaube, das war die richtige Fahrzeugwahl, ey. Der klebt ganz schön gut. Oder auch nicht mehr. Oh, jetzt kommt die vorne hinten. Oh, Glück hat, Glück hat, Glück hat. Oh, ja. Alter, das Schaltgeräusch. Oh, scheiße. Sorry. Oh, der wird überholt. Und jetzt kommt der Arthur auch schon. Ha. Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby. Yes. Yes. Ha. Nö, ich habe gewonnen. Warum soll ich es nochmal machen? Ja. Viertes Rennen und vierter Sieg. Unglaublich. Na, okay. Eigentlich fünfmal fahren und vier Siege. Das ist erstmal eine Quote ganz gut, würde ich sagen. Ich stelle mich da gar nicht mal so doof an. Ja, das war wieder mal ein schnelles Rennen von mir in Mafia 3. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ihr kennt den ganzen Zirkus ja mit Kommentare, Like und Abo und der Glocke anmachen. Ich gucke gerade nach, wo ist das nächste. Wahrscheinlich. Ne, das habe ich auch schon. Hier wäre noch eins. Oder? Ne, das habe ich noch nicht gemacht. Genau, dann könnte ich da jetzt hinfahren, was ich dann noch, glaube ich, machen werde. Aber, das sage ich euch alles in der nächsten Folge. Von daher, bis zum nächsten Mal und bis dennne.